Am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr zog sich ein Lkw-Fahrer bei einem Unfall auf der Straße Wolfsbach tödliche Verletzungen zu. Wir sind hier bei einem Verkehrsunfall. Hier ist ein Lkw auf einer Behelfsstraße aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Es ist ca. 100 Meter eine Böschung hinabgerollt und vor einem Autobahnpfeiler der A45 zum Stehen gekommen. Wir brauchen jetzt noch ca. eine gute halbe Stunde, um die Zugmaschine in den Bereich zu kriegen, wo wir letztendlich den leider Verstorbenen aus dem Lkw dann befreien. Wie lange das dauert, kann man so im Moment noch nicht sagen. Der Lkw ist also massivst deformiert. Wir werden uns jetzt gleich oben auf der Straße mit zwei Lkw-Bergern in Position bringen und werden dann eine Menge Seile aneinander machen müssen, um beide Fahrzeuge nacheinander bis oben auf die Höhe wieder hochzuziehen. Ich denke mal, das wird die ganze Nacht in Anspruch nehmen. Wir hoffen, dass es alles so einfach funktioniert, wie wir uns vorstellen. Neben der Feuerwehr und dem Bergungsdienst war auch das THW vor Ort, um den extremen Steilhang auszuleuchten und weitere Hilfestellung bei der Bergung zu geben. Trotz sofort eingeleiteter Rettungs- und Bergungsmaßnahmen verstarb der Fahrer noch an der Unfallstelle. Die Straße war aufgrund der aufwendigen Bergungsarbeiten für rund neun Stunden gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann nach derzeitigen Ermittlungsstand noch nicht beurteilt werden. Das Verkehrskommissariat und die Staatsanwaltschaft Siegen haben noch am Abend die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Das Verkehrskommissariat und die Ermittlungsstand noch nicht beurteilt werden. Das Verkehrskommissariat und die Ermittlungsstand noch nicht beurteilt werden.